meine liebe ich erzähle wie ich habe einfachste mürze gestrickt dass jede kann stricken solche mürze das ist von hinten so innere seite und solche bummel ok dann fangen wir an ich erzähle ich zeige nix ich würde nur erzählen so wie habe 78 marschen mit stricknadel nummer 4 wie stricken rippenmuster 1 zu 1 4 reihe hin und her 1 zu 1 eine rechte eine linke wir stricken vier reihe danach wir stricken links glatt oder glatt links wir stricken immer rechte marschen auf rechte seite und auf linke seite auch wir stricken nur rechte marschen wie stricken solche marschen wir schauen ja wir bekommen solche solche weg ja dass man kann sie von beider seite ja es gleich wie stricken solche linie 19 stück so 123 19 stück auf rechte seite sich sie rechnen 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 und 19 bis 19 wir haben gestrickt das bedeutet 38 reihe gestrickt und danach wir machen abnahme jede siebte und achte marschen wir stricken zusammen einfach stricken siebte achte marschen zusammen das alles wir machen an linke seite das an richter seite wir sehen gar nichts wo sind unsere abnahme wir sehen nichts ja weil wir machen alles auf linke seite so haben wir siebte und achte marschen zusammen gestrickt zu einer reihe dann stricken wir noch drei reihe danach danach wir machen wieder an linke seite an linke seite wir machen wieder ja wieder abnahme jede fünfte und sechste marschen wir stricken zusammen und dann wir stricken noch eine reihe einfach immer wir stricken immer wir stricken rechte marschen ja sowieso und danach wir stricken jede zweite und dritte marsche zusammen und wieder stricken eine reihe einfach ohne abnahme und dann wir stricken jede jede zwei marschen zusammen 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 wieder eine reihe ohne abnahme und dann wir machen alle marschen zusammen einfach so und lassen lange faden und zusammen einfach nähen einfach nähen zusammen unsere mütze ja so mütze ist fertig danach machen sie bummel aber bummel ich denke ich muss nicht zeigen ist ganz einfach bummel zu machen und ihre mütze ist fertig diese mütze ist gut für große ab 55 bis 58 so wie das sehr solche einfachste mütze welche kann stricken jede anfänger nur einfach hören sie was ich habe gesagt und schreiben sie für sich auf liste dass sie stricken so wie ich habe erklärt ich wünsche euch alles gute bleiben sie gesund ihre strickmama tschüss gestɕks gestɕks